Ja, hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4 Survival-Modus. Ja, der eifrige Ernie, der war mal eifrig, der liegt jetzt hier. Oh, Atomischleser-Pistole, hab ich gar nicht gesehen. Aha, oder ich mach's für dich fertig, Press. Gut, ich würde aber sagen, wir verschwinden. Wir verschwinden. Und zwar mit Nothang Beach. Sagen dem Bescheid, da ist nix mehr, dass wir uns drum gekümmert haben. Und bauen das Nötigste dann dort auf. Mein Plan. So, wo ist er? Sir? Ich hab diese Raider für euch erledigt. Wirklich? Nun, das sind die besten Neuigkeiten, die ich seit langem gehört habe. Ach, übrigens, wir haben nochmal geredet. Und wir haben beschlossen, die Minutemen zu unterstützen. Ich denke, das Ganze hat noch eine Chance verdient. Nur wenn wir zusammenhalten, wird es irgendwann besser werden. Gut. Wir haben die Seite pressen. Nothang Beach ist unser. Dann schauen wir mal, ob wir was aufbauen können. Und, äh... Es sind Müllbeseitigungen hier. Oh, sorry. Deine Spielkiste, aber warum nicht die dann hier rum? Wir brauchen... Energie. Sonstiges. Kristall- und Keramik-Filter. Das heißt... Du... ...machst eine Versorgungsroute nach... ...Konti-Crossing. Okay. Und... ... Oh, machen wir ja wasser hier. Wasser, wasser, wasser. Fällt ja ein, wir haben ja zwei Stück. Kann man da nicht in die Wissenschaft reinstecken? Nein, das war 41. Oh, dann hast du in der Notverwerteste Waffen oder Risse erhältst du so. Wir kommen Blinten. Jetzt zu einem Flüstern ist es immer ganz gut. Eine harte Kampftraining. Okay. Ja. Dann nehmen wir doch das, was wir immer nehmen. Erstmal. Wir könnten eigentlich auch das große Teil, aber das sieht so scheiße. Oder das Brummi. Das Brummi könnten wir eigentlich hier lassen. Oder? Ich weiß ja noch nicht, wie wir bauen. Nein. Erstmal hier so ein Kleid. Die Müll noch weg hier. Toten Fisch. Fischkadaver. Und dann stellen wir auch gleich noch hier Wasser auf. Aber wie rum? Ist egal, oder? Aber wie rum? Was haben wir mit 63? Sehr schön. Dann wisst ihr ja, was kommt? Schuss. Hier kann ich nicht arbeiten. Eigentlich müsste das ja auf dem Wasser gehen, ne? Eigentlich müsste das ja auf dem Wasser gehen, ne? Na ja. Wenn halt nicht. Na? Bisschen für Ordnungssorgen hier, gell? Ja, sieht doof aus, wenn ich den Master wegreiße. Ja. 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 warum hätte ich denn feste ich wollte es doch klar nein Nein. Okay. Gut. Ein von da noch weg. Natürlich brauchen wir noch mehr Schutz. Müllbeseitigung. Okay, hier, das ist auch so wie so ein Eingang. Okay. 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 Die Kabelstörne. Mistverdannter. Okay. 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 Überlegen. Ja, Lockdown. Was ist dann? Ich hänge überall hängig fest hier. Okay. Nein. So ist besser. so von denen haben wir jetzt erstmal genug was wir brauchen ist vielleicht ein paar auch schon Weil die wollen nicht so viel Nahrung so in die Tabellen machen. Es ist ja nur vorübergehend, dann reißen wir und machen wir sowieso andere Gärten. Aber bis wir mal hier bauen, Oh, ich bin schon wieder am Zaun, hallo? Ja, das müsste reichen. Dann fehlen noch Betten. Bei uns sind so Schlafsäcker am Anfang. So, die legen wir auf. Einfach irgendwo hin. Okay. Betten 22, was bauen wir noch? Achja, Geschütztür. Geschütztür. Schade, hier geht keiner hin. Die sind rein. Okay. So, können wir mitlegen. Der hat noch keinen Strom. Und hier machen wir vielleicht mit irgendwas noch hin. Andere Seite bräuchte vielleicht auch ein bisschen Schutz. Boah, was kommt denn von da? Da kommt doch nix. Deswegen brauchen wir da nichts. Teilen wir lieber hier noch ein bisschen. Okay. Also Schutz haben wir 74, Wasser 30, Essen 6. Ja, sind auch erst vier Leute da. Betten haben wir 22. Moral steigt. Was wollen wir mehr? Wir wollen trinken und dann den Part beenden. Ja. So machen wir das. Also vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch. Kommentartipps, Interessungen. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ja. Ja, in dem nächsten Part schauen wir mal, wo uns weg hinführt. Ich glaube... Hör mal aufzupunkten. Ich glaube, Yangtze könnten wir dann machen. Die Yangtze. Ja, die Yangtze ist nämlich dann hier. Das machen wir dann im nächsten Part. Und dann ist noch irgendeine Mission hier, die wir dann machen sollen. Dann hätten wir auch guten Neibauer. Wenn wir... Ich beende den Part erst. Aufgepasst! Was gibt's? Was jetzt? Unsere Späher haben eine vielversprechende Stelle für eine neue Siedlung gefunden. Sobald du alles gesäubert hast, platziere einen Funkleitstrahl und informiere die Siedler darüber. Und bevor du dich versiehst, haben wir da eine neue Farm statt des Ödlands. Wir holen uns das Commonwealth zurück, Stück für Stück. Okay, Jamaika-Plan. Das ist ein Plan. Aufgepasst! Okay, kann ich dir irgendwie weiterhelfen? Plauder. Gibt's was, worüber du reden willst? Wohin als nächstes? Ich bin nur neugierig, was du denkst. Ich denke, es ist an der Zeit, einen Platz für die Nacht zu suchen. Okay. Sonst erstmal nichts weiter. Okay. Haben wir seinen Perk schon? Ich guck mal mal. Dann beende ich auf den Part. Wo sieht man die denn? Perks? Ist doch eigentlich auch hier, oder? Ach, ich hab Preston in seinem Perk schon. Ja, Preston. Dann weißt du, was dir geschieht. Ich schicke dich. Ich dachte, ich hätte ihn überhaupt nicht. Okay, ich mach mir noch ein Bett. Also. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Adios. Auf Wiederdeck. Auf Wiedersehen. ξ